Was ist zu sehen? Zu sehen gibt es auch unten am Spielfeldrand. Der prominenteste, ganz links, darf sich jetzt in das Spiel hineinbegeben. Also, nicht nur Niklas Sommer, sondern auch zwei weitere Kandidaten, die ich noch eintragen muss. Schauen wir mal, wo sich die Herren dann hinein integrieren werden. Sommer, wie kann man schon mal sagen, hinten rechts vorzufinden, bekommt jetzt Berco als Gegenspieler. Sommer, macht da jetzt mal ein bisschen Alarm. Weiß noch nicht ganz wohin, muss da nochmal noch mal, wenn man die Rückwärts bewegen kann.